Oder warte mal, das sieht ganz lecker aus. Team of the Week Spieler-Pick, kostet nur 35k und da können wir vielleicht einen Neymar oder so ziehen. Komm, komm, nehm mal mit, nehm mal mit, komm, eins geht, komm, eins geht. Und wir ziehen, ja, was ist das? Komm, Frankreich, Haaland, Haaland. Ey, das kann doch nicht sein, Alter, das kann doch nicht sein, Alter. Ich hab den komplett vergessen, ich bin noch mehr im Loch, Alter. Jetzt bin ich noch mehr im Loch. Bruder, ich hab diesen Counter so hoch gehen sehen auf die 89, Mann. Ey, Haaland Inform, wie lecker der gewesen wäre. Was kostet der, bitte, ich will gar nicht Haalands Preis sehen. Haaland Inform kostet 495.000. Er hat mir den jetzt gezogen, Alter, ist das krass, Alter. Ist das krass, was haben wir dahinter noch? Schwanz mit Sibi.